Die Herzfelder Familienbrauerei gibt es seit 1664, über 350 Jahre. 1916 hat mein Urgroßvater die Brauerei übernommen und seit dem Jahr 1999 bin ich jetzt in der vierten Generation hier tätig und 2000 haben wir dann gleich diesen neuen Betrieb hier als Apfelbetrieb gebaut. Also mit dem Bau des neuen Betriebes im Jahr 2000 sind wir gerne Partner geworden, haben jetzt mit der seitherigen Maschine 20 Jahre gut gearbeitet und hat uns auch dann relativ leicht wieder zusammengeführt, dass wir jetzt auch mit der neuen Etikettiermaschine beim verlässlichen Partner geblieben sind. Also wir haben Brust-, Hals- und Rückenetikett und das mit unterschiedlichen Formaten für 0.5 NRW und für 0.33 Longneck Flaschen, teilweise auch für Lohnabfüllung ohne Rückenetikett, sodass man dann die Tatierung umbauen muss nach vorne. Aber es ist alles eingerichtet, dass es relativ zügig zum Umbau funktioniert. Wir haben den jetzigen Schritt mit der Maschine wieder auferlegt. Ich hoffe und ich wünsche, dass die Maschine 20 Jahre hält, auch wenn ich nur noch sechs Jahre der Chef hier bin, aber wir können soweit gerne weiterempfehlen und haben auch kein Problem, wenn Kunden zu uns kommen wollen und unabhängig von Garnep die Maschine besichtigen. Ich hoffe, dass die Maschine 20 Jahre alt ist.